ein ganz herzliches willkommen hol dir die kohle 5000 euro für deine idee freue mich sehr liebe zuschauer dass sie heute bei uns sind unsere erfinder bekommen heute eine wirklich einmalige der deutsche an sich der verputzt durchschnittlich im jahr 2,7 kilogramm bratwurst live aus dem mcl studios köln guten morgen deutschland hallo am freitag es ist kurz vor sechs geht es spielt man nicht wir müssen tatsächlich ein bisschen mit den orangen spielen ist eine coole idee wenn man gäste hat und man stellt jedem so eine orange zum frühstück hin entschuldige ich habe dich gerade nicht verstanden welcher der drei kandidaten kramp karrenbauer märz und spahn hätte denn rein optisch das zeug fürs kanzleramt ich bin begeistert aber so richtig kleiner scherz wer setzt sich heute durch und beamt sich mit mir ins bonuslevel drei blöcke sind gefallen 30 punkte für die jungs und die mädchen sind an der reihe ihr wollt es wissen ich auch ich habe Bachelor- und Bachelorette-Singles erhalten hier eine zweite Chance auf die große Liebe. Ich freue mich, dich zu sehen. Danke. Ich drücke dir die Daumen und bin mir ganz sicher, du wirst es gut machen. So, auf euren Final-Dates hattet ihr die Gelegenheit, euch noch einmal besser kennenzulernen. Und das ist jetzt ganz, ganz entscheidend für den allerletzten Schritt hier im Paradies.